. Wieso? Wieso, wenn es einem guten Gott gibt, laden wir so viel Leid zu? Genau mit dieser Frage starten wir in unserer neuen Serie Wieso. Es gibt so viele Fragen, die die Menschen beschäftigen und gerade diese wegen dem Leid ist eine der ersten. In dieser Serie zum Thema Wieso, wo wir auch andere Fragen behandeln werden, ist es eine coole Gelegenheit, um diesen Fragen nachzuspüren, um zu merken, was der christliche Glaube für Antworten bereit hat, die sehr gehaltvoll und richtig hilfreich sind für das Leben. Aber es ist auch eine richtig gute Gelegenheit, Menschen aus unserem Umfeld zu diesen Themen Gottesdiensten einzuladen. Wir werden die Themen beleuchten. Was sagt die Welt dazu? Was ist das verbreitete Mindset, das man hat? Und was sagt der Jesus dazu? Jeder Gottesdienst beinhaltet auch eine Einladung, zu Jesus zu kommen, in Beziehung mit ihm zu starten. Und es ist von daher eine coole Gelegenheit, wenn einem das Herz berührt, auch einen Schritt mit Jesus zu machen. Darum will ich euch ermutigen, kommt auch, lasst euch selber inspirieren und ermutigen und stärken, aber ladet auch fröhlich ein, Menschen zum dahin zu kommen, um einen Thema Gottesdienst zu besuchen oder auch im Livestream zu hören. Und auch wenn es aktuell sehr viel Leid in der Welt gibt, freue ich mich trotzdem auf den nächsten Sonntag, um mit diesem Thema mal so richtig in die Tiefe zu gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017